Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Und ich will euch heute mal zeigen, wie ihr mit relativ einfachen Mitteln, nämlich letzten Endes einfach nur KNX, Fensterkontakte, die man ja ganz oft für die Heizungssteuerung eh schon hat, und einem Taster, in meinem Fall jetzt wieder der Glas-Taste, ihr euch eine Art Alarmanlagen-Funktionalität, das ist natürlich keine VDS-Alarmanlage, aber eben von der Funktionalität her eine Art Alarmanlage, mithilfe von Node-RED programmieren könnt. Das Ganze dann auch mit Push-Benachrichtigungen auf euer Handy. Das Schöne ist, was wir an dieser Programmierung gleich sehen werden, das sind die Unterschiede von Node-RED noch einmal zur klassischen Digitaltechnik. Und was es dabei eben zu beachten gilt, wenn man solche klassischen Digitaltechnik-Funktionen in Node-RED programmieren möchte. Und das schauen wir uns wie gewohnt nach dem Intro an. Ich bin jetzt wieder hier auf meiner Node-RED-Installation auf meinem Raspberry Pi und habe hier mal einen neuen Flow eröffnet. Ich habe schon mal zwei Bibliotheken heruntergeladen, die wir gleich benutzen wollen. Die zeige ich euch noch schnell. Und zwar wäre das einmal die Boolean-Bibliothek, beziehungsweise die Node-RED-Contrip-Boolean-Logic-Ultimate. Und das Schöne ist, die ist vom gleichen Entwickler wie die KNX-Ultimate-Bibliothek, nämlich von Giovanni. Und das Schöne ist, dass die Bibliotheken relativ gut aufeinander abgestimmt sind. Warum verwenden wir diese Bibliothek? Naja, diese gibt uns die Möglichkeit, klassische Boolean-Operatoren wie UND, ODE, exklusiv oder Node-Bausteine in Node-RED zu verwenden, ohne dass wir hier großartig etwas in JavaScript oder so programmieren müssen. Denn wir werden, wenn wir diese Bibliothek noch einsetzen, einige Unterschiede feststellen zur klassischen Digitaltechnik. Also diese Bibliothek verwende ich und dann noch eine Push-Bullet-Bibliothek. Ich möchte in meinem Fall eben diese Benachrichtigung über den Dienst Push-Bullet durchführen auf meinem Handy. Ihr könnt natürlich auch eine x-beliebige Benachrichtigungsform hier wählen, SMS, E-Mail-Versand, wie auch immer. Ich habe mich jetzt hier mal für Push-Bullet entschieden, weil das von der Integration her meiner Meinung nach mit am einfachsten ist. Und dann brauchen wir natürlich noch, wie gewohnt, die KNX-Ultimate-Bibliothek. Die aktualisiere ich noch schnell auf die neueste Version und dann melde ich mich wieder. So, meine Bibliotheken sind aktualisiert. Ich hoffe, ihr habt eure Bibliotheken schon runtergeladen, die ihr noch braucht. Und dann wollen wir jetzt auch schon anfangen zu programmieren. Aber was genau möchte ich eigentlich erreichen? In meinem Fall möchte ich jetzt hier eine Alarmanlage realisieren mit drei Fensterkontakten. Wie viele ihr da am Ende benutzt, ist natürlich für euch freigestellt, je nachdem wie viele ihr habt. Ihr könnt dort auch Bewegungsmelder verwenden. Und dann möchte ich über den Glastaster in meinem Fall die Alarmanlage scharf und unscharf schalten. Bedeutet, ich will die Alarmanlage nur dann scharf schalten können, wenn alle Fenster zu sind. Also in einem gültigen Zustand für die Alarmanlage. Ansonsten soll eine Scharfschaltung nicht möglich sein. Wenn alle Fenster zu sind und ich die Alarmanlage scharf schalte, dann soll, sobald ein Fenster einen offenen Kontakt meldet, entsprechend ein Alarm realisiert werden. Das bedeutet, irgendeine Beleuchtung soll blinken. Und zusätzlich dazu möchte ich noch die Benachrichtigung über Pushbullet. Und zurücksetzen möchte ich die Alarmanlage dann entweder über den Taster, in dem ich die Alarmanlage unscharf schalte, oder entsprechend über Pushbullet, in dem ich dort eine Nachricht abschicke. Aber fangen wir mal langsam an. Zunächst einmal müssen wir dafür sorgen, dass wir ein paar logische Verknüpfungen herstellen können. Nämlich die einzelnen Fensterkontakte, die müssen wir per Oder miteinander verknüpfen. Ich gehe jetzt von folgendem Fall aus, dass die Fensterkontakte ein True liefern, sobald sie geschlossen sind, also wenn der Zustand quasi in Ordnung ist, und ein False liefern, also eine Null schicken, sobald der Fensterkontakt öffnet. Und um diese boolische Logik zu realisieren, also so ein Oder, haben wir ja diese Ultimate-Bibliothek heruntergeladen. Ich gehe jetzt hier nicht auf jeden Baustein ein, sondern nur auf die, die wir dann brauchen. Und wir fangen hier mit dieser Boolean-Logic-Ultimate an. Wenn ihr aber zu einem bestimmten Baustein mehr Informationen haben wollt, dann könnt ihr einfach hier neben auf das Handbuch klicken, und dann seht ihr hier automatisch schon die Beschreibung dazu, und könnt auch hier nochmal draufklicken, um noch ein paar zusätzliche Informationen zu bekommen. Aber wir fangen hier jetzt erstmal mit diesem Gate-Baustein an. So, wenn wir diesen Baustein hier jetzt konfigurieren, dann sehen wir jetzt hier, wir können angeben, wie viele Eingänge dieser Baustein haben sollen. Naja, wenn wir uns das jetzt mal angucken, steht hier zwei, aber wir haben nur einen Eingang. Und hier haben wir schon diesen ersten Unterschied zur klassischen SPS-Logik. Wir haben pro Node nur einen Eingang, denn die Bausteine reagieren hier auf Nachrichten, nicht auf irgendwelche Zustände. Das bedeutet jetzt hier, was dieser Baustein macht, ist im Prinzip folgendes. Er verlangt hier von uns die Informationen, wie viele Zustände wir hier miteinander verknüpfen wollen. Beispielsweise drei, wir haben ja drei Fensterkontakte. Und dann macht er im Prinzip folgendes. Am Hand von dem Nachrichten-Topic, also vom Titel von der Nachricht, das Schöne ist ja, durch die KNX-Bibliothek ist der Titel quasi unser Name, der Gruppenadresse, anhand dessen merkt er sich immer, was der letzte Zustand war. Denn wir haben ja das Problem in Node-Red, gerade bei solchen Logiken, dass der Baustein ja immer nur den Zustand sieht, der gerade über das Message-Objekt an diese Nachricht geschickt wurde. Wie wir jetzt hier in diesem Beispiel sehen. Wir haben jetzt hier zwei Eingänge, aber der Baustein sieht ja nur die Nachricht, die gerade ankam, und nicht die von den beiden anderen. Das muss er sich ja irgendwie merken. Und das macht im Prinzip dieser Ultimate-Baustein, indem er sich anhand von dem Nachrichten-Topic den letzten Zustand merkt. Ja, das wird gleich, denke ich, noch ein bisschen deutlicher. Das lasse ich hier alles mal so, wie es Default auch steht, außer halt die drei Eingänge. Klicke hier einmal auf Fertig. Aber wir haben jetzt ja gar nicht eingestellt, was wir hier für eine Logik haben wollen. Naja, dafür haben wir hier die drei unterschiedlichen Ausgänge, denn der Baustein macht gleich mehrere Logiken auf einmal. Warum auch nicht? Wir haben hier einmal den Zustand, wenn diese drei Eingänge unverknüpft werden, wenn sie oder verknüpft werden, oder wenn sie exklusiv oder verknüpft werden. Ich simuliere das jetzt Ganze einfach mal mit ein paar Inject-Nodes. Wie ich das mache, ist im Prinzip folgendes. Ich wähle hier das Topic, zum Beispiel auf Fenster 1. Den Zustand setze ich hier auf True. Das brauche ich ja noch einmal für False. Und dann kopiere ich mir das nochmal für Fenster 2 und 3. So, ich habe jetzt hier meine drei Fenster. Das ist später natürlich diese beiden Zustände hier, oder diese beiden Nodes. Das ist später ein KNX-Node, über den sowohl der Zustand True als auch False kommt. Das kann ich hier aber nicht machen, denn ich brauche ja hier die Möglichkeit, die Sachen separat zu verschicken. Ich verknüpfe jetzt hier also alles mal. Ich mache das jetzt hier mal, um das Ganze ein bisschen deutlicher zu machen, hier mit so einem Node, dass wir sehen, dass das quasi nur eine Verbindung hier zu dem Fenster ist. Falls ihr wissen wollt, wie man das hier macht, ich drücke im Prinzip Shift ein und ziehe dann so eine Linie über die beiden Nodes, über die ich so eine Verbindungsmarke erstellen will. Was jetzt also passiert, ist folgendes. Hier oben kommen Nachrichten mit dem Topic Fenster 1, hier mit dem Topic Fenster 2 und hier mit dem Topic Fenster 3, also mit dem Titel der Nachricht. Und die Zustände, die kann ich hier jetzt entsprechend auswählen. Und hier hinten gehe ich einfach mal mit einem Debug-Node hier auf das Und. Klicke übernehmen. Und dann sehen wir jetzt hier, er meldet mir No Persist States, denn er konnte sich ja noch nicht merken, beziehungsweise abspeichern, was der letzte Zustand war. Also schicke ich jetzt einfach mal einmalig, dass alle Fenster hier auf True sind. Wir haben jetzt gesehen, nach dem dritten True kam jetzt hier entsprechend die Information, was denn der Zustand aktuell ist. Und im Debug-Node sehen wir das hier auch entsprechend, das hier oben können wir ignorieren. Hier kam dann entsprechend bei unserer Und-Logik das True. Wir sehen auch hier unten immer an der Meldung den Zustand des Bausteins. Bedeutet, wenn ich jetzt das Fenster 2 auf False setze, dann sehen wir jetzt hier, der Und-Baustein, der geht zu False. Der Oder-Baustein bleibt auf True, exklusiv oder bleibt auf False. Mache ich das Fenster 1 noch auf False, dann sehen wir, geht auch das exklusiv oder auch True und so weiter. Also das ist im Prinzip die Kunst, die dieser Baustein hier macht. Er merkt sich einfach den letzten Zustand der einzelnen Topics hier. Das bedeutet, hier ist quasi ein kleiner Speicher mit eingebaut, der das Ganze auch persistent abspeichert. Das können wir eben hier einstellen. Remember latest input values after reboot, also in eine kleine Datei abspeichert. Und dadurch kann er dann, sobald hier eine Nachricht reinkommt, im Prinzip die Logik auswerten. Das könnten wir theoretisch auch selbst programmieren, aber schöner ist es natürlich, wenn wir das hier schon fertig verwenden können. Also was wir hier jetzt schon haben, ist im Prinzip die Information über unseren Fensterzustand. Das gebe ich auch hier einfach mal in das Debug-Note ein, als Name Fensterzustand. Ja, also darüber wissen wir dann schon einmal, ist unser Fensterzustand in Ordnung oder nicht. So, um das jetzt weiter zu simulieren, kopiere ich mir das Ganze noch einmal und mache das jetzt hier für die Scharfschaltung. So, scharfschalten möchte ich ja nur, wenn hier von Scharfschaltung ein True kommt und hier unten der Zustand unserer Fenster auch auf True ist. Also eine weitere Unlogik. Also schnappen wir uns noch einmal unser Ultimate-Node, hier unsere Boolean-Logic-Ultimate, verknüpfen wir hier rein und damit jetzt muss ich hier in meinem Gate 2 natürlich definieren, dass wir nur zwei verschiedene Nachrichten bekommen, nämlich einmal hier oben Scharfschaltung und hier unten von unserem Gate 3. Was für einen Topic-Namen macht der hier raus? Dafür gehen wir hier einfach mal rein und sehen hier schon Topic. Hier kann ich eben dieses Topic-Feld dann umbenennen. Also was hier vorne mit Fenster 1 reinkommt, geht dann hier raus mit Result. Ich mache das anders. Ich nenne das hier Fenster-Zustand. Können wir auch hier nochmal uns das gesamte Nachrichten-Objekt uns anzeigen lassen. Ich lösche nochmal alles. Deploy hier. Und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel Topic Fenster-Zustand, Payload, True. False, False. Also, das wird hier entsprechend angepasst. Das heißt, hier haben wir dann zwei verschiedene Nachrichten. Einmal das Topic Fenster-Zustand, einmal das Topic Scharfschaltung in unserem Fall. Und die müssen natürlich beide entsprechend auf True sein. Also auch hier haben wir wieder eine Und-Logik. Bedeutet, ich kann hier hinten wieder ein Debug-Node dran machen. Ich nenne das jetzt hier Scharfschaltung, damit wir diesen Zustand auch mal sehen. Ich mache hier auch mal wieder das komplette Nachrichten-Objekt und gehe hier auf das Und-Logik. Deploy hier das Ganze. Und dann können wir das Ganze mal ausprobieren. Ich mache den Fenster-Zustand hier mal auf True. Sehen wir, jetzt kam hier alles an. Und Scharfschaltung setze ich jetzt auch auf True. Und dann sehen wir, wird hier das Ganze scharf geschalten. Problem ist jetzt, wenn ich hier das Fenster auf False setze, dann geht auch hier unsere Scharfschaltung zurück. Aber warum ist das der Fall? Naja, dieses Gate hier wird jedes Mal seine Logik überprüfen, wenn eine neue Nachricht reinkam. Und das ist ja passiert. Hier unten kam eine neue Nachricht, ging hier durch. Er hat die Logik ausgewertet. Das Und wurde jetzt zu einem False. Ging natürlich hier hoch. Ja, wurde hier ausgewertet. Wir hatten von unserer Scharfschaltung ein True und ein False von hier unten. Gibt hier hinten auch ein False und wird weitergegeben. Das ist nicht das, was ich will. Ich will das Ganze hier nur hinten rausgeben oder nur aktualisieren, wenn ich hier vorne an der Scharfschaltung was verändere. Der Zustand der Fenster, der soll quasi nur bei Scharfschaltung überprüft werden, aber nicht später. Das kann ich auch wieder einstellen, indem ich jetzt auf Gate 2 klicke und kann hier sagen Trigger Mode. Der Ausgang soll nur aktualisiert werden, wenn eine Nachricht kommt mit dem Topic Scharfschaltung. Das bedeutet jetzt also, er merkt sich zwar hier die Zustände, die von hier unten kommen, schickt hier hinten die Nachricht aber nur raus, wenn sich hier vorne an Scharfschaltung etwas ändert. Wir übernehmen das Ganze noch einmal. Ich setze hier die Fenster wieder alles auf True. Wir sehen hier, kam entsprechend das True oben raus. Jetzt setze ich hier die Scharfschaltung auf True. Alles gut. Wir sehen jetzt hier bei unserer Scharfschaltung, die letzte Nachricht war ein True. Wenn ich jetzt die Fenster auf False setze, dann sehen wir, ändert sich nur noch der Fensterzustand hier unten auf False. Aber hier oben, da ändert sich nichts an der Scharfschaltung. Das ist auch das, was ich haben möchte. Wenn ich jetzt aber die Scharfschaltung auf False setze, dann passt das soweit. Wenn ich sie wieder versuche einzuschalten, dann sehen wir, nein, der Zustand, der ändert sich hier nicht. Also jetzt ist es genau so, wie wir es haben wollen. Also wir haben jetzt hier unten den Zustand von unseren Fenstern und hier oben von unserer Scharfschaltung. Jetzt müssen wir hier ja weiterprogrammieren, irgendwie unsere Alarmierung. Und da habe ich mir schon mal was ausgedacht oder schon einmal getestet. Und wir nutzen dafür jetzt hier diesen Railway Switch Baustein. Warum benutzen wir den? Ich programmiere das Ganze hier erst einmal. Also ich verbinde hier jetzt die Nodes. Einmal das Und von hier oben und der Zustand unserer Fenster. Und dann gucken wir uns mal an, was der Baustein jetzt macht. Was dieser Baustein hier im Prinzip macht, dieser Schienenweiche, ist folgendes. Ich kann hier eine Triggernachricht definieren, durch die alle anderen Nachrichten dann entweder über diesen oberen Pin oder über diesen unteren Pin weitergeleitet werden. Das bedeutet also, ich kann hier meine Scharfschaltung als Trigger definieren und kann sagen, wenn scharf geschalten wurde, die Alarmanlage, dann sollen alle Fensterzustände hier unten weitergeleitet werden. Ist die Alarmanlage aber unscharf, dann sollen sie hier oben weitergeleitet werden. Denn uns interessiert ja der Fensterzustand für die Alarmierung nur in dem Fall, wenn wir scharf geschalten haben. Wie kann ich das einstellen? Na ja, ich gehe hier einmal drauf und kann hier mein Switcher-Topic festlegen. Und das nenne ich jetzt wieder Scharfschaltung. Den Rest kann ich so einstellen, so gelassen wie es ist. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ich muss hier auch das Topic für den Ausgang wieder umbenennen, von Result auf Scharfschaltung. Und dann lege ich hier unten mal wieder einen Debug-Note dran. Nenne ich Alarmzustand. Wir sehen jetzt hier, nach dem Neustart, werden alle Nachrichten, die hier vorne kommen, die nicht vom Topic Scharfschaltung sind, über den oberen Pin weitergegeben. Die interessieren uns ja nicht. Wenn ich jetzt wieder die Fenster auf True setze, beziehungsweise vorher mache ich noch schnell was anderes, ich setze hier wieder das Ganze nur auf Message.Payload bei unseren Debug-Notes, ansonsten wird das Ganze ein bisschen zu unübersichtlich. Ich schalte jetzt noch einmal alle Fenster wieder auf True. Also alles ist in Ordnung. Sehen wir jetzt hier. Jetzt schalte ich die Scharfschaltung auf True. Und jetzt sehen wir in dem Moment, wo die Scharfschaltung oben auf True wurde, ab jetzt werden alle Nachrichten hier unten weitergeleitet. Bedeutet, wenn ich jetzt ein Fenster hier ausschalte, also quasi das Fenster öffne, dann geht diese Nachricht hier unten raus. Sehen wir hier. Zunächst einmal hier bei Fensterzustand und danach hier unten der Alarmzustand. Der wechselt jetzt hier auch auf False. Das müssen wir natürlich noch invertieren. Aber damit haben wir das Ganze jetzt sichergestellt. Wenn ich jetzt wieder unscharf schalte und die Fenster wieder aktualisiere, dann sehen wir, geht das alles wieder nur hier vorne raus und hier unten wird nichts weitergeleitet. Damit habe ich also quasi meine Alarmanlage realisiert. Oder die Alarmanlagenfunktion. Was ich jetzt noch brauche, ist ein Inverter. Den muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Er inventiert einfach den Boolean-Zustand hier vorne. Wenn hier ein False kommt, geht hier hinten ein True raus. Und dann will ich noch den Blinker-Baustein benutzen. Blinker Ultimate. Auch hier muss ich gar nicht viel einstellen. Ich kann natürlich hier jetzt die Zeit für unser Blinken verlängern, zum Beispiel auf eine Sekunde. Lege das hier einmal raus. Dann kann ich hier hinten noch ein Debug-Knot dranhängen. Mit unserem Blinker. Also quasi die Beleuchtung, die dann vielleicht blinken soll. So programmiere ich das jetzt zumindest mal. Jetzt brauchen wir ja noch eine Möglichkeit, wie wir diesen Alarm-Zustand hier nach dem Invertieren wieder ausschalten können. Und dafür schnappen wir uns hier oben dann einfach die False-Meldung, wenn unsere Scharfschaltung ausgeschaltet wird. Und dafür gibt es einen Filter-Baustein, der Filter Ultimate. Hier werden im Prinzip alle Nachrichten weitergeleitet, die eine True haben. Die interessieren uns nicht. Uns interessiert ja nur die False-Meldung, also wenn die Scharfschaltung aufgehoben wird. Die geben wir jetzt hier auch auf den Blinker-Baustein. Und damit haben wir eigentlich alles fertig programmiert. Bedeutet, was passiert jetzt? Naja, im Prinzip folgendes. Sobald Scharfgeschalten wird, wechselt hier diese Stellung von dieser Weiche, sage ich mal. Das bedeutet, die Zustände von unserem Fenster werden hier weitergeleitet. Bei einem False wird das Ganze hier entsprechend invertiert. Geht dann hier auf unseren Blinker, schaltet dadurch also den Blinker dann auf An. Und den Blinker kann ich erst wieder ausschalten, wenn ich die Alarmanlage unscharf schalte. Probieren wir das doch mal aus. Ich setze hier wieder alle Fensterkontakte. Schalte auf Scharf. Wir sehen, Scharfschaltung True. Jetzt deaktiviere ich das Fenster. Wir sehen Fensterzustand False. Und hier unten, das ist jetzt unser Blinker. Und der erst wieder aufhört zu blinken, wenn ich die Scharfschaltung auch ausschalte. Zack. Damit haben wir unsere Alarmanlage programmiert. Wie wir hier sehen, diese Bullion-Bausteine, die arbeiten doch ganz schön anders wie zur klassischen Digitaltechnik. Es sind halt nun mal zwei verschiedene Ansätze, Node-RED und die klassische Digitaltechnik eben auf der anderen Seite. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zu Node-RED in die Kommentare, gerade wenn es jetzt hier um solche Funktionen geht. Sagt ihr, naja, ist eigentlich ganz cool mit Node-RED, auch wenn man hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen umdenken muss. Oder ist es für solche Funktionen euch einfach zu kompliziert? Das würde mich echt mal interessieren, deshalb gerne mal unten in die Kommentare. Also hier an der Stelle, das hier, das ist im Prinzip unser Alarmzustand. Den können wir dann weitergeben auf KNX, auf unsere Push-Notifikation, etc. Was jetzt noch fehlt, ist das Ganze zu ersetzen durch KNX-Notes. Und dafür wechsle ich zunächst einmal in die ETS wieder. So, ich bin jetzt hier wieder in einem leeren KNX-Projekt, das ich einfach mal Alarmanlage genannt habe. Was ich hier jetzt drin habe, ist einmal der Glas-Taster, ein KNX-IP-Multi-IO, über den ich die Binäreingänge von den Fensterkontakten simuliere, und ein IP-Router. Die genaue Konfiguration hier ist natürlich letzten Endes egal, wie ihr die Fensterkontakte hier reinbekommt. Ich habe den schon mal konfiguriert. Ich habe hier im Prinzip einfach nur drei Kommunikationsobjekte, die jeweils den Zustand des Fensters darstellen. Ich öffne jetzt hier meine Gruppenadressen und lege hier wieder eine neue Hauptgruppe an. Das nenne ich jetzt hier wieder Node-Red. Und lege das einfach mal relativ weit nach hinten, die Adresse 10, und dann stelle ich hier wieder ein, dass alle Adressen, die hier sind, automatisch weitergeleitet werden sollen. Damit umgehe ich quasi die Filter-Tabelle von meinem IP-Router. Und dann kann ich auch schon anfangen, hier die Mittelgruppe anzulegen, Alarmanlage und fange dann hier einmal an mit Fensterzustand. Fange dann hier einmal an mit Fenster 1, 2 und 3. Dann brauche ich eine Gruppenadressung für Scharfschaltung und die Rückmeldung Scharfschaltung. Und dann nehme ich mir noch zwei Alarmkontakte, einen normalen Alarmkontakt und einmal Alarm blinken. Die verwende ich jetzt hier in meinem Projekt nicht, aber das wird das eben gleich in der KNX, dass wir das gleich eben einfach mal simulieren können. So, die Fensterkontakte verknüpfe ich entsprechend. Dann mein Glastaster. Dort programmiere ich im Prinzip einfach nur eine Taste. Dann nehme ich auch direkt einfach mal die erste Seite hier. Einzeltastenfunktion. Taste 1. Stelle ich auf Schalten, Umschalten. Nehme das ganze Alarmanlage. Symbol für Aus. Da nehme ich hier ein Offen-Symbol und Symbol für Ein nehme ich hier entsprechend dieser geschlossenes Symbol. Taste 2. Die kann ich komplett erst einmal deaktivieren. Das bedeutet, wenn wir jetzt in die Kommunikationsobjekte wechseln, dann haben wir jetzt hier einmal die Taste 1 fürs Umschalten. Das wäre im Prinzip unsere Scharfschaltung und Wert für Umschaltung. Naja, das wäre unsere Rückmeldung. Und dann mache ich jetzt einfach mal folgendes. Die LEDs, die will ich hier jetzt einfach mal blinken lassen. Dafür aktiviere ich hier einfach alle LEDs. Kann hier mehrere markieren, indem ich LED 1 bis 6 mit der Shift-Taste markiere. Reagiert auf externes Objekt und soll entsprechend rot sein. Und dann kann ich hier jetzt meine ganzen Kommunikationsobjekte auch wieder markieren. Mehrere auf einmal mit Shift gedrückt halten und ziehe die einmal hier runter nach Alarm blinken. Dann sehen wir zumindestens auch etwas. Damit haben wir das Ganze in der ETS eigentlich auch schon programmiert. Ich programmiere jetzt noch schnell die Geräte hier, Applikativ, und dann können wir uns auch schon wieder um Node-Red kümmern. So, ich bin zurück in Node-Red und habe schon die KNX-Datei importiert, dass wir die gleich nutzen können. Wenn ihr nochmal sehen wollt, wie das geht, dann klickt einfach hier oben auf das I. Dort habe ich euch das Video zu dieser Bibliothek, zu meinem Video verlinkt. Also wir ziehen jetzt hier unsere KNX-Nodes rein und passen im Prinzip einfach nur hier an die Adressen. Hier will ich entsprechend Scharfschaltung. Dann kann ich hier meine Inject-Nodes löschen und das Ganze auch theoretisch direkt verbinden. Ich mache das jetzt hier einfach auf diesen Node. Und dann hier unten unsere Fensterkontakte. Auch die werden einfach hier durchverknüpft. Damit haben wir unsere Fensterzustände. Hier hinten der Zustand unserer Alarmanlage, der muss ja hier rausgegeben werden. Also Scharfschaltung, Rückmeldung. Und dann haben wir hier hinten natürlich noch unsere Alarmzustände. Da haben wir zwei Nodes. Einmal unseren Alarm mit Blinker. Kann ich hier wieder die Debug-Nodes löschen. Und dann haben wir hier einmal unseren ganz normalen Alarmzustand. Und damit haben wir im Prinzip unsere KNX-Feld auch schon mit verknüpft. Die Debug-Nodes, die lasse ich hier jetzt einfach mal drin. Und dann können wir das Ganze auch schon deployen und in unserer KNX-Anlage einmal austesten. So, ich habe jetzt hier alles deployed. Bevor wir das Ganze jetzt hier aber testen können, muss ich noch eine Sache einstellen. Und zwar ist das Topic hier, auf das reagiert werden soll, nicht mehr Scharfschaltung, sondern die Gruppenadresse, nämlich 10.0.3. Denn die Nachrichten, die hier rausgeschickt werden, haben als Topic-Namen immer die Gruppenadresse. Also ich übernehme das Ganze noch einmal. Und dann können wir jetzt zunächst einmal alle Fenster auf True setzen. Jetzt sind alle Fenster True. Jetzt kann ich die Alarmanlage mal scharf schalten über den Glastaster. Und wir sehen auch, dass die Rückmeldung entsprechend an den Glastaster ankam. Unsere Alarmanlage ist jetzt also scharf. Und wenn ich jetzt ein Fenster auslöse, also quasi öffne, dann sehen wir jetzt, dass die Alarmmeldung kommt und dass unser Glastaster auch anfängt zu blinken. Also so, wie das Ganze auch sein soll. Und erst durch Unscharfschalten der Anlage wird der Alarm wieder zurückgesetzt und der Glastaster blinkt jetzt nicht mehr. Also rein von der KNX-Funktionalität, beziehungsweise allgemein von der Funktionalität, ist das Ganze jetzt hier soweit gegeben. Ich will euch jetzt noch kurz zeigen, wie ihr eine Push-Benachrichtigung realisieren könnt. Zunächst einmal lösche ich jetzt unsere Debug-Notes. Die brauchen wir nicht mehr. Das Ganze funktioniert ja jetzt wunderbar. Was wir jetzt brauchen, oder was ich verwende, ist Pushbullet. Dafür müsst ihr euch bei Pushbullet hier einmal registrieren. Das Ganze ist erst einmal kostenlos. Ihr könnt auch eine Pro-Variante verwenden. Das unterscheidet sich dann in die Nachrichtenanzahl etc., die ihr verschicken könnt. Aber für uns erst einmal die Lite-Variante ausreichend. Ich logge mich hier jetzt einmal kurz ein. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe schon meinen PC und mein Handy damit verbunden. Ihr müsst das Ganze natürlich dann entsprechend noch machen. Ihr müsst euch dann einmal die Pushbullet-App auf euer Smartphone runterladen und mit eurem Account verknüpfen. Und das Einzige, was ihr im Prinzip machen müsst, erst einmal, ist unter Settings, Account, müsst ihr euch hier einen Access-Token erstellen. Diesen Access-Token müsst ihr euch jetzt kopieren. Und dann gehen wir wieder rüber hier nach Node-Red. Und ich habe hier schon die Pushbullet-Nodes installiert. Und hier gibt es einmal ein In-Node, das wollen wir ja verwenden zum Deaktivieren, und ein Out-Node, was wir hier hinten verwenden wollen, also quasi zum Nachrichten verschicken. Und was ich jetzt machen muss, bei meiner Pushbullet-Konfiguration, hier ist schon eine angelegt, hier muss ich diesen API-Key, den ich eben kopiert habe, hier einfügen. Und damit ist Node-Red, Pushbullet, schon mit meinem Account verknüpft. Und ich kann jetzt hier definieren, was für eine Nachricht, mit welchem Titel verschickt werden soll. Zum Beispiel Alarmanlage. Gibt das Ganze dann hier auf unseren Alarmzustand. Und hier vorne beim Pushbullet-In, da mache ich mir das Ganze jetzt relativ einfach, denn wir sehen jetzt hier unsere Geräte, die jetzt hier mit Connected sind. Da will ich gar keinen Filter einstellen, sondern ich will jetzt hier hinten dran einfach einen Filter machen, also eine Switch-Bedingung, und das Ganze nur weiterleiten, wenn die Nachricht unscharf ist. Wenn diese Nachricht unscharf ist, dann soll das Ganze weitergeleitet werden. Und zwar möchte ich dann die Nachricht noch verändern, weil ich möchte das Ganze ja ausschalten. Also mein Payload muss ich hier einmal auf False setzen. und kann das dann hier oben auch mit auf dieses Gate geben. Ganz wichtig ist jetzt aber, dass ich hier unser Message.topic auch noch verändere, und zwar auf die Gruppenadresse hier von unserer Scharfschaltung, also 10.0.3. Dann kann ich das Ganze mal simulieren. Ich übernehme das Ganze und dann schalte ich wieder zunächst einmal meine Fenster alle auf True. Die Fenster sind jetzt alle zurückgesetzt im normalen Zustand. Ich schalte die Alarmanlage wieder ein. Wir sehen, die Scharfschaltung hat funktioniert. Jetzt löse ich die Alarmanlage einmal aus, indem ich ein Fenster öffne. Und was man jetzt bei mir auf dem Handy sieht, ist entsprechend eine Push-Benachrichtigung von Pushbullet, die einweitfrei funktioniert hat. Und was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt eine Nachricht schicken unscharf. Und dann sehen wir schon, wurde hier entsprechend das Ganze zurückgesetzt. Diese Fehlermeldung kommt jetzt hier nur zustande, weil Pushbullet an der Stelle hier mit der Information False nichts anfangen kann. Das könnte ich theoretisch über einen Change Note noch ändern. Ich ignoriere die Fehlermeldung hier an der Stelle einfach. Aber eine Sache muss ich jetzt noch ändern, damit das in Zukunft auch funktioniert. Wir sehen jetzt, hier wurde alles zurückgesetzt. Und die Scharfschaltung hier ist der letzte Zustand immer noch True. Das bedeutet, mit diesem RBE könnten wir jetzt, dadurch, dass es ja die Werte nur schickt bei Wertänderung, wir aber beim nächsten Mal Scharfschalten über KNX entsprechend wieder ein Einschicken, muss ich hier einmal diesen RBE-Filter rausnehmen, wieder über Erweiterte Optionen und dann hier diesen RBE-Filter. Und damit kann man eine Alarmanlage oder zumindest eine Alarmanlagen-Funktionalität mit Hilfe von Fensterkontakten und dem Glas-Taster und Node-Red natürlich programmieren. So, das war eine ganze Menge an Input. Wir haben uns die Boolean-Bausteine angeguckt, wir haben uns Pushbullet angeguckt und damit wirklich eine relativ simple Alarmanlage mal programmiert. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video was anfangen. Vielleicht könnt ihr das Ganze ja nachprogrammieren oder auch an der einen oder anderen Stelle noch verbessern. Was mir zum Beispiel einfällt, es wird nicht überprüft, ob die Fensterkontakte überhaupt am Leben sind. Also, ein zyklisches Senden könnte man hier noch über Trigger-Bausteine programmieren. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von Node-Red so haltet. Gerade jetzt hier in diesem Video hat man ja doch gesehen, wie erheblich die Unterschiede sind zwischen Node-Red und der klassischen Digitaltechnik mit diesem Boolean-Baustein. Aber ich denke, dass man, auch wenn das Ganze so unterschiedlich ist, doch einige Vorteile hatte Node-Red gegenüber der klassischen Digitaltechnik. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Mich würde aber wirklich mal eure Meinung interessieren. Deshalb gerne mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie gewohnt ein Like da. Gerne auch abonnieren, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und damit verabschiede ich mich für dieses Jahr. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich dann, euch im neuen Jahr wieder in einem neuen Video begrüßen zu dürfen. Also, bis dahin!